Musik Die wachsen dann besser. Wir sind im Botanischen Garten. Hier haben wir uns die Inspiration geholt für unser neues Album, The Manufacture of Madness. Und das sah so aus. 15 Uhr, zwei Herrengedecke, 16 bis 18 Uhr in den Botanischen Garten gehen. Das alte Fleisch gut abhängen und dann sind wir schon am Ziel gewesen, das war ganz leicht. Wie von selbst. So ist Wuppertal. Es geht alles wie von selbst. Während wir hier durch den Botanischen Garten laufen, ist der Thorsten, der dritte Mann im Bunde bei Uncle Roe, wieder auf Tour mit seinen ganzen anderen Bands. Bosse, Ray Garvey, Lady Gaga. Wo spielt er überall noch? Michael Jackson. Michael Jackson. Spiel doch mal einen von Michael Jackson. Ja. 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 Das ist cool. Wie viele Stück von Michael Jackson ist das? Ich würde sagen, es war beatet. Ja. 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 Vielen Dank.